ja servus leute herzlich willkommen zu den breaking elektro news der einzig wirklich seriösen informationskelle rund um das thema e-mobilität im internet inklusive youtube und heute mit folgenden themen vw gesteht fehler ein tesla darf weiter bauen energica in der krise the community corner und der woche der woche die nachrichten ja leute ist geschehen noch zeichen und wunder neben der meldung dass vw die preise senkt hat jetzt ein manager auch noch eingestanden da sie vielleicht ein bisschen zu ambitioniert in ihrer bisherigen preisgestaltung waren elektroauto news.net titelt vw deutet weitere preisnachlässe bei e-autos an warum nicht schon früher wird sich der eine oder andere fragen meine antwort durch die förderung der bundesregierung konnte man höhere preise durchdrücken und in wirklichkeit hat man mit dem umweltbonus die automobilindustrie gepämpfert und nicht dem endverbraucher geholfen der sich ein elektroauto angeschafft hat elektroauto news.net schreibt auf jeden fall der neue volkswagen vertriebschef martin sante hat auf dem autosalon in paris angedeutet dass vw elektroautos dauerhaft günstiger werden sollen damit reagiert deutschlands größter autohersteller und die nummer zwei weltweit nach toyota ich sage noch wenn es so weiter geht werden sie bald geschnuppt von byd weltweit auf die schärferen co2 vorgaben der eu ab 2025 diese verschärften vorgaben kann vw nur einhalten wenn sie mehr elektroautos absetzen und ich vermute dass auch diverse auslieferungen und auch zukünftige verkaufs und werbemaßnahmen hinausgezögert wurden um dann im jahr 2025 diese elektroautos zu verkaufen die man 2024 nicht verkauft hat sollte ich damit recht haben ist das eine sehr sehr gefährliche strategie denn man hat damit natürlich auch diverse kunden verprellt die teilweise über ein jahr auf ihr auto warten müssen und die dann vielleicht auch irgendwann sagen dann kaufe ich mal den tesla weil da habe ich innerhalb von drei vier wochen das auto auf dem hoch stehen also ein gefährliches spiel falls da wirklich was dran sein sollte bereits vor wenigen wochen hatte vw hat die preissenkung des kompaktstromers id3 um mehrere tausend euro bekannt gegeben und will damit einen listenpreis von unter 30.000 ermöglichen wir müssen tun was im wettbewerbsumfeld notwendig ist sagte herr sander erst seit juli hat er das amt als vertriebsvorstand angetreten und ich muss sagen herr sander das marktumfeld hätte schon vorher entsprechende maßnahmen nach meiner überzeugung erfordert man darf nämlich nicht vergessen dass sogar werkschließungen im raum stehen unter anderem das werk in brüssel wo ja der audi e-tron der ursprungs e-tron oder q8 mittlerweile gefertigt wird da war ja durchaus im gespräch dass ein chinesischer hersteller vielleicht einsteigt der hat aber schon dementiert dennoch sollen weitere modelle günstiger werden man wolle sie repositionieren details zu einzelnen modellen nannte er nicht erklärte aber dass vw all seine fahrzeuge markt und wettbewerbs adäquat einpreisen werde und dass das auch ein fehler eingeständnis ist zeigt der nächste absatz sander räumte auch ein dass dies in der vergangenheit bei den elektroautos nicht immer der fall gewesen sei dann das müssen wir ändern und das tun wir jetzt auch also haben die kunden immer zu viel bezahlt oder wie nicht nur der vertrieb werde seinen beitrag leisten müssen um vw wieder solider aufzustellen auch andere bereiche arbeiten an ihrer kosteneffizienz das sind produktkosten das sind materialkosten günstige rohstoffe das ist tree engineering also überdenken der ein oder anderen gestaltung der fahrzeuge kann man irgendwo material einsparen oder eine arbeitsschritt in der produktion einsparen et cetera et cetera aber auch prozess und logistikkosten an allen ecken und enden werde gearbeitet das team habe jeden stein umgedreht teilweise gebe es lange diskussionen über einzelne euro beträge ich frage mich halt wirklich auch wie hoch ist die marge bei den elektroautos ist das jetzt nur nach außen in kommunikation um zu sagen wir konnten ja bisher die autos nicht günstiger anbieten weil man so hohe kosten hatten oder ist es in wirklichkeit so dass gar nicht viel eingespart wird und die marge groß genug war für die elektroautos und man da jetzt halt auf den teil verzichtet ich weiß es nicht geht bei eurer einschätzung unter dem video ja man kann auf jeden fall festhalten dass vw in den letzten jahrzehnten offensichtlich ein bisschen zu viel speck angesetzt hat davon bin ich schon überzeugt die frage ist halt wo und wie wiegt sich das aus und die politik wird auch durch fördermaßnahmen nicht verhindern können dass vw den rotstift ansetzen muss nach meiner überzeugung um gegen wettbewerber wie byd und tesla bestehen zu können denn die scheinen deutlich schlanker aufgestellt zu sein deutlich effizienter zu produzieren und damit auch marktgerechtere preise machen zu können oder vw hat hier ja ich weiß es nicht also ich bin ratlos schreibt mir bitte mal unters video wieso jetzt plötzlich preissenkungen kommen ich wollte ja auch ein vw id 3 first edition kaufen bis ich dann den preis gesehen habe dass ich 50.000 euro für das auto hinlegen müssen und da habe ich dann rückzieher gemacht habe ich gesagt das ist mir der id 3 net wert okay scheinbar war ich mit meiner einschätzung gar nicht so falsch und wie groß der handlungsbedarf in volksburg ist sieht man auch an der nächsten meldung denn die konkurrenz schläft nicht elektrifunknet berichtet tesla brandenburger umweltamt erteilt erste teilgenehmigung für grünheide ausbau zu dieser teilgenehmigung gehört unter anderem eine weitere große halle zur unterbringung der zusätzlichen produktionseinheiten sowie änderungen und die optimierung an den bereits errichteten produktionsanlagen schreibt elektrifunknet mit diesen maßnahmen soll die bestehende produktionskapazität bereits erhöht werden wie viele autos tesla in grünheide nach dem teilausbau produzieren könnte das bleibt erstmal unklar das umweltministerium wiederholt nur die lange bekannte aussage wonach tesla die produktionskapazitäten von derzeit 500.000 fahrzeugen wahnsinn auf zukünftig eine millionen fahrzeuge pro jahr erhöhen will laut geschäftsbericht baut tesla unverändert 375.000 tesla model y pro jahr in grünheide und die aktuelle teilgenehmigung betrifft nur flächen die bereits im eigentum von tesla sind laut elektrifunknet bzw laut umweltamt werden keine flächen im angrenzenden gebiet des bebauungsplans in anspruch genommen in dem sich derzeit auch das protest camp der initiative tesla stopp befindet das wird auch wieder ein industriewald sein also ja nein nein das ist alles alles gut die konkreten maßnahmen werden hier von elektrifunknet auch noch mal aufgeführt ich verzichte das jetzt mal im einzelnen vorzutragen weil im großen ganzen können wir uns darunter sowieso nicht sonderlich viel vorstellen es zeigt sich aber auf jeden fall dass tesla weiter ambitioniert bleibt es wird ja immer wieder geungt sie können ihre autos nicht vollständig absetzen sie können die produktionskapazität nicht voll auslasten das wurde zumindest für 2024 jetzt auf jeden fall geungt ich bin da neutral unterwegs ich kann das einfach nicht einschätzen diese robot taxi vorstellung von tesla die hat mich jetzt nicht so richtig abgeholt ich glaube das noch ein bisschen zu früh um so ein fahrzeug vorzustellen vielleicht ich mich da aber auch dass tesla model y uniper kommt das wird sicherlich die verkäufe wieder ein bisschen ankurbeln können aber solange kein tesla model 2 am ende des horizonts auftaucht sehe ich im moment wenig potenzial dass tesla in den nächsten zwei drei jahren zusätzliche produktionskapazitäten wirklich auslasten kann mit dem bau von elektroautos aber die zeit wird es zeigen vielleicht gibt es auch weitere preissenkungen bei testa und damit werden die autos vielleicht noch attraktiver vw hat ja wie man im ersten bericht gesehen haben erkannt dass sie was machen müssen bei den preisen denn wenn sie zu teuer sind dann können die autos noch so gut sein die 7 tour hatte ich ja vor kurzem zu testen tolles auto aber auch da preislich ambitioniert im vergleich zu den modellen von tesla eingepreist das hat aber keinen kombi ja ist ein schwieriges thema also mit den vier fahrzeugen die sie im moment im kirche haben den cyber truck zähle ich mal jetzt nicht dazu der betrifft ja europa nicht wird es in europa glaube ich ein bisschen schwieriger schreibt ihr mir noch mal in das video was ihr davon haltet gerade die tesla ultras glaubt ihr die produktionskapazitäten wenn sie denn ausgebaut werden hier steht ja noch ohne produktionsanlagen bei den maßnahmen wird tesla diese kapazitäten dann auch in den nächsten jahren auslasten können auf die letzte meldung des heutigen nachrichten blogs hat mich der timo hingewiesen der schreibt gute meister der e-mobilität aufmerksam durch ein youtube video bin ich auf folgende nachricht gestoßen sehr schlechte nachrichten auch für diejenigen die sich einmal entschlossen hatten solch ein motorrad zu kaufen hoffen wir dass alles gut ausgehen wird viele grüße timo es geht um den elektromotorrad hersteller energica und ich finde es auch sehr schade dass man so schlechte nachrichten jetzt hier verkünden muss speedweek.com titelt auf jeden fall krise und streik bei energica der italienische hersteller energica der von 2009 bis 2022 die einheitsmotorräder des motor e-weltcups lieferte also auch im motorsport aktiv ist in finanzielle schwierigkeiten geraten die gehälter werden von der arbeitslosenkasse bezahlt da brauchen wir sich nichts vormachen das weiß jeder das ist kein gutes zeichen anfang oktober streikten wohl die 45 angestellten von energica das ist wohl die gesamte belegschaft die noch übrig geblieben ist nachdem es ursprünglich mal 150 mitarbeiter waren auf jeden fall streikten die anfang oktober und wollten klarheit von der geschäftsführung über die zukunft des unternehmens wobei die geschäftsführung das eventuell auch gar nicht weiß wie schon erwähnt die gehälter wurden in der letzten zeit von der staatlichen sozialversicherungsanstalt bezahlt diese übergangslösung läuft aber am 22 oktober ab danach besteht die wahrscheinlichkeit dass energica keine löhne bezahlen kann und die angestellten ohne einkommen dastehen wenn ich in der situation wäre ich würde mich wahrscheinlich prophylaktisch ja schon nach was anderen umsehen wobei das immer einfacher gesagt ist als getan ganz klar derzeit ist unklar ob energica die produktion weiterführen kann oder ob ein konkursverfahren eröffnet werden muss laut speedweek.com gehört energica zu 75 prozent dem us von ideanomics das sind dann also auch darüber vermutlich wieder privatanleger betroffen wobei einem großen vorvermögen was ja auch die anlagen und die beteiligungen aufteilt fällt das vielleicht nicht ganz so stark ins gewicht also es ist jetzt sicherlich keine so katastrophale lage wie jetzt bei sono motors wo viele privatanleger ja teilweise um fünfstellige beträge gebracht wurden oder gebracht werden je nachdem wie man es sehen möchte hier seht ihr auch mal ein paar von den motorrädern und das sind schöne motorräder das sind richtig leistungsstarke motorräder problem ist halt immer noch die reichweite weil man nicht ganz so viel akku unterbringen kann und so richtig sparsam sind motorräder auch nicht auch wenn man das vermuten mag also ich habe mit meiner suzuki gs x 1100 f ja habe ich eigentlich sechs liter immer gebraucht und das musste jetzt nicht mehr unbedingt bedeuten dass ich da gerast wäre sondern so ein motorrad ist in der regel nicht besonders windschlüpfrig ist zumindest meine erfahrung die eingefleischten motorradfahrer können vielleicht noch mal kommentieren ob ich da richtig liege können ja gerade mal gucken was so eine reise enduro kostet wir haben also eine batterie von 22,5 kilowattstunden na ihr seht das hier nicht aber das steht da 29.250 euro ist natürlich auch schon ambitioniert haben sie hier irgendwo die wltp reichweite mal gucken also laut e performance.ch haben wir eine reichweite von über 280 kilometer und ccs schnell ladung also ich vermute mal es wird genauso sein wie bei elektroautos um die wltp reichweite zu erreichen muss man eher auf der landstraße und das auch gemächlich oder in der unterwegs sein wenn man mit dem motorrad autobahn fährt und 120 130 auf dem taro hat dann werden wahrscheinlich 200 kilometer schon schwer zu erreichen sein und wie gesagt nach meiner einschätzung handelt es sich bei der xperia eher um eine reise enduro und das sind halt 200 kilometer auch nicht die welt gutes motorrad kann mit ccs laden braucht aber von 0 bis 80 prozent 40 minuten das ist dann halt auch für den motorrad fahrer der lange touren fahren will eine schwierig zu schluckende kröte ich weiß da what's to the wheels auch ein zuschauer der ist begeistert von seinem motorrad der fährt ein elektromotor aber ich weiß gar nicht ob das eine energica ist gibt ja noch so eine andere marke ich bin halt kein profi ihr seht das man sieht aber es ist nicht nur schwierig einen neuen auto elektroauto hersteller aus dem boden zu stampfen sondern das gleiche gilt auch für elektromotorrad hersteller obwohl dort ja das investitionsvolumen deutlich niedriger sein dürfte und trotzdem wenn man die fahrzeuge nicht in ausreichender stückzahl zu einem angemessenen preis absetzen kann dann funktioniert es halt nicht und so wie es aussieht wird es eng für energikas tut mir leid für die elektromotorrad fans schöne motorräder sind es auf jeden fall aber ich gebe ehrlich zu im moment würde ich mir wohl wenn ich viel langstrecke fahren würde mit so motorrad viele lange touren ich mir wahrscheinlich auch ein verbrenner motorrad holen muss ich ganz ehrlich zugeben okay aber mein motorrad steht seit ein paar jahren abgemeldet in der garage also ich sollte da lieber vorsichtig mit meinem urteil sein schreibt mir doch mal in das video was ihr dazu denkt sind elektromotorräder schon soweit um verbrenner motorräder tatsächlich zu ersetzen das interessiert mich auf jeden fall von den spezies von den profis ihr könnt es ja mal sagen heute haben wir mal ein paar service meldungen in der community corner und zwar geht es ums preiswerte laden im ersten fall ist es auf jeden fall preiswertes laden im zweiten fall müssen wir es in anführungszeichen setzen das zeige ich euch aber gleich auf jeden fall schreibt der ingo moin falls du es noch nicht erfahren hast bei kaufland wird das laden die nächsten zwei wochen 50 prozent preiswerter und kaufland ist mit 49 cent schon ganz gut dabei sonnige grüße ingo und hier ist die dazugehörige pressemeldung voll unter strom beim ausbau kaufland feiert 500 schnellladepunkt mit 50 prozent rabatt kaufland hat beim ausbau seines e ladenetzes einen weiteren meilenstein erreicht in jülich nahm das unternehmen jüngst den bereits 500 schnellladepunkt im betrieb diese runde sachen im kaufland zum anlass für eine besondere rabattaktion zwei wochen lang wird für kunden die das digitale vorteilsprogramm von kaufland die kaufland card für den ladevorgang nutzen ab diesem donnerstag dem 17 oktober nur die hälfte des ohnehin schon günstigen tarifs abgerechnet statt 48 cent net 49 48 cent pro kilowattstunde kostet ist so lediglich 24 cent man muss aber auch dazu sagen nach meiner erfahrung einige kaufland lade sollen haben noch 50 kw nur trotzdem 48 cent die kilowattstunde das geht schon in die richtige richtung ist mir persönlich nachdem was ich ausgerechnet und kalkuliert habe immer noch zu viel aber wie gesagt es ist die richtige richtung und dieses festhalten an dieser kaufland app oder kaufland card das begrüße ich natürlich auch nicht am liebsten wäre mir wenn man mit ec oder kreditkarte einfach zahlen könnte ohne sich registrieren zu müssen ohne daten preis geben zu müssen ohne eine kreditkarte zu hinterlegen sondern einfach an die ladesäule fahren und mit einer kredit oder debit karte bezahlen und zwar diesen preis der hier steht und alle wären zufrieden aber gerade solche unternehmen wie kaufland lidl etc die wollen natürlich auch an die kundendaten ran und deshalb machen die das wahrscheinlich so ist meine vermutung aber es ist zumindest mal eine interessante aktion die vielleicht dem einen oder anderen das etwas preiswertere laden ermöglicht da kann er sich wieder ein paar cent von dem geld zurückholen was auch wahrscheinlich zwangsweise an das ladeinfrastruktur kartell abdrücken musste kaufland macht es doch ein ganzes stück besser klar wie gesagt das mit der card und der app das muss man kritisieren das kann man kritisieren und das tue ich an der stelle auch aber ihr wisst bescheid für 24 cent die kilowattstunde kann man dann auch mal bei kaufland laden vom 17 oktober zwei wochen ist diese aktion gültig in den letzten monaten haben hier einige diese informationen hierzu chat strom mitgeteilt war mir aufgrund des kilowattstunden preises bisher keine meldung wert jetzt hat er heiko mir das noch mal zukommen lassen ich dachte mich nehme es jetzt noch mal mit rein und zwar aus dem einfachen grund man kann hier mit kredit oder debit karte bezahlen und zahlt dann tatsächlich diese 59 cent die kilowattstunde klar ist zu viel sind wir uns einig aber es gibt zumindest keine direkte vertragsbindung oder grundgebühr schreiben sie ja auch ohne vertrags und grundgebühren natürlich ist es trotzdem möglich mit einer ladekarte des ladeinfrastruktur kartells den ladevorgang zu bezahlen und dann wahrscheinlich das doppelte bis dreifache je kilowattstunde hinzulegen aber da macht's chat zumindest halbwegs vorbildlich denn der barrierefreie zugang ist gegeben hier steht auch noch mal wie das abläuft man muss ein qr-code scannen das finde ich wieder kritisch das ist eine sicherheitslücke dann kann man seine bank card wählen und bestätigt das ganze und dann kann das laden starten es ist also ad hoc mit einer kleinen einschränkung wenn man ehrlich ist und der kilowattstunden preis liegt im moment so im mittelfeld von dem was man bezahlt aber das wohlgemerkt fürs ad hoc laden ohne dass man sich registrieren muss ohne dass man mit der app rumspielen muss und das finde ich gut und deshalb habe ich das jetzt noch mal mit aufgenommen also chat ist eventuell auch eine alternative dann kommen wir zum ersten elektroauto der heutigen ben ausgabe der martin schreibt moin michael erhabener kämpfer für die rechte der sich in den fängen der lademafia und deren lobbyisten befindlichen e-auto fahrer richtige anrede hier mein zeus nero baujahr 2023 in meinem besitz seit juni 24 händler vorführwagen mit grad mal 2500 kilometern auf dem taro 27.000 euro bezahlt jetzt im september 24 bin ich bei etwas über 10.000 kilometern also hier scheint jemand auch das auto viel zu fahren er hatte vorher ein hyundai kona nach drei jahren leasing wusste ich was ich brauche und habe in der preisklasse die ich bereits war bereit war zu zahlen den mgzs komfort gefunden nicht die maximalausstattung aber für mich okay lade peak 94 kw erreicht bisher 88 kw ladezeit 20 bis 80 prozent 39 minuten durchschnittliche ladeleistung ihr seht das hier alles getestet auf einer 770 kilometer fahrt erhält die ladeleistung bei rund 80 kw über einen erfreulich langen zeitraum reichweite wltp 441 kilometer probleme software aber nur kleinigkeiten da wird ja auch daran gearbeitet nord das lese ich jetzt nicht alles vor so ein bisschen viel ansonsten ein klasse auto mit einer guten ausstattung und wie ich finde guter effizienz ich liebe zudem nasenlader es ist übrigens das einzige auto das ich kenne was mit einem großen akku einen kleineren motor verbaut bekommt als in der version mit kleinem akku höchst geschwindigkeit ist 181 kmh beste grüße martin wir schauen uns sein schätzchen mal an er hat extra ein foto von nasenlader gemacht so sehr liebt er diese lademöglichkeit dann haben wir hier das auto mal von der seite ihr kennt ja den mgzs wie sicherlich ist also das aktuelle modell ja sehr schick auch mit app anbindung schon entsprechend also die klappen und türen scheinen alle aufzugehen ich sehe jetzt nichts verschlossenes das sind positive nachrichten und hier habt ihr dann auch noch mal die reichweite 444 kilometer laut app das muss man aber im alltag dann erst mal erreichen da muss man schon sehr vorsichtig und gefühlvoll mit dem strompedal umgehen egal richtig tolles elektroauto ich kann dir dazu nur herzlich gratulieren und wenn es für deine bedürfnisse genau passt weil die ladeleistung ist ja nicht mehr ganz up to date dann ist es der perfekte alltags bekleider und ich wünsche dir mit deinem gzs wie kein leichter name deinem zeus allzeit knitterfreie fahrt die nächste mail kommt von einem weiteren martin aber ein anderer martin der schreibt hallo erhabener der elektromobilität und unser erlöser vom ladekartell naja das muss man abwarten ob wir davon irgendwann mal erlöst werden seit knapp einer woche gehöre ich nun auch offiziell zu denjenigen die einen etwas verrückten schritt gewagt haben im sommer 2023 wurde ich heftigst mit dem e-virus infiziert und seitdem wuchs die idee in mir dass mein nächstes auto ein e-auto mit möglichst schneller ladeleistung sein sollte hatte den genesis gv60 im blick auch ein bmw i4 hat er ja im auge als dann deine videos zum hyundai ioniq 5n kam stand ich bereits kurz vor einer kaufentscheidung und dann ging alles ziemlich schnell seit knapp einer woche jetzt schon ein bisschen länger ist er stolzer besitzer eines hyundai ioniq 5n in baby blau so viel will ich jetzt schon verraten mein pendel schlug klar in richtung spaß aus am ende lebt man schließlich nur einmal der ioniq 5n begeistert mich nicht nur mit seinen fahrleistungen sondern auch mit den zusätzlichen features die das fahrerlebnis noch intensiver machen können aber nicht müssen kann ich bestätigen aber es ist schon ein krawall bruder trotzdem auch absolut alltagstauglich und da hat ein richtig tolles gesamtpaket auf die räder gestellt er ist eben ein dr checkl und mr height ich hätte es besser nicht beschreiben können rückblickend hat das wohl nicht bereut obwohl er noch nicht lang fährt neu ist nach 14 jahren von seinem alten benziner umgestiegen er schließt dann natürlich mit viele grüße martin und er schauen wir uns dieses leistungsmonster mal an da habt ihr den ioniq 5n alles richtig gemacht martin wie du schon schreist man lebt nur einmal guckt euch auch mal die bremsen an aber das sind die hinteren bremsen vorne diese noch mal deutlich gewaltiger war unter die hinteren fotografiert hast ist mir nicht ganz klar ihr seht es gehen auch diverse klappen und türen auf auf sich der frank scheint nicht nutzbar zu sein und das ganze noch mal von der anderen seite ist einfach ein schickes auto es ist ein technisch tolles auto tolle ladeleistung klar verbrauch braucht man sich keine wunder zu erwarten aber über 600 ps kauft ihr sowas mal als verbrenner kannst du dir gar nicht leisten also lieber martin herzlichen glückwunsch zu dieser knallbüchse und ich wünsche dir gerade weil er so viel leistung hat allzeit knitterfreie fahrt der woche der woche es ist doch nur dazu ausgelegt dass ich mich aufrecht das ist doch der einzige grund warum die das machen ich kann nicht einfach los ja dann kommen wir jetzt zu unserer neuen rubrik die bis auf weiteres die rubrik schnitzer der woche ersetzt woche der woche nennt sich diese rubrik und diese darf der klaus eröffnen der schreibt hier mal was aus dem alltag weil es meiner meinung nach in österreich noch verrückter zugeht weil bei uns zeittarife noch gang und gäbe sind das hängt mit unserem laschen eich und messgesetz zusammen im beispiel bei mir um die ecke in wien einer der ca 2000 tanke wien ladesäulen die 2 x 11 kw anbieten steht man dort alleine und das auto kann es auch bekommst du 22 kw zum selben preis im zeittarif tanke wien bietet fair zeit und kilowattstunden tarife aber sie es selbst was dort der eine oder andere anbieter abzockt ich habe bewusst drei stunden laden gewählt weil dann noch zusätzliche blockiergebühren anfallen würden also er hat das dann auch noch ein bisschen ausgedehnt wobei man auch sagen muss wenn ich mit 11 kw lade habe ich nach drei stunden 33 kilowattstunden voll reingeladen das ist bei meinem akku noch nicht mal die hälfte der grundsätzlichen kapazität by the way in der nacht von 22 uhr bis 8 uhr zahlt man bei tanke wien selbst keine blockiergebühr und im zeittarif nur 0,018 cent die minute dass man dann auch bei einem sehr guten kilowattstunden preis in den bildern die günstigsten und die teuersten ermittelt mit charge preis liebe grüße klausern dann schauen wir uns das ganze mal an hier haben wir also die günstigsten ladetarife und er hat wie gesagt drei stunden wohl gewählt also zwölf euro würde er da wohl bezahlen effektiv pro kilowattstunde 37 cent und dann hat er auch noch mal die teuersten tarife rausgesucht da würdest du also mit nur 98,80 euro bezahlen effektiv pro kilowattstunde drei euro deutlich günstiger fast ein euro günstiger plug surfing mit 67 euro 58 2 euro 5 octopus elektroverse 61 euro 7 einem 1 euro 85 und das offensichtlich an der gleichen ladesäule es ist österreich keine frage aber wie kann denn sowas in einem land der eu legal sein dass man wenn man dem klaus glaubt für ein und dieselbe leistung wenn man die falsche app die falsche ladekarte erwischt den sechs fachen oder sieben fachen preis bezahlen muss massenware nichts individuelles an der gleichen abnahmestelle für mich ist das auf jeden fall es ist doch nur dazu ausgelegt dass ich mich aufrecht ist doch der einzige grund warum die das machen ich kann nicht einfach los ja an dieser stelle möchte ich mich wie immer bei allen zuschauern bedanken die mir nachrichten haben zukommen lassen zu lade woher zu elektroautos etc vielen dank für eure hilfe ohne eure hilfe wären die breaking elektro news nicht möglich ansonsten war es das für die heutige ben ausgabe wenn ihr fragen habt anregungen oder kritik wie immer unten gerne in die kommentare wenn es euch gefallen hat lasst daumen hoch da und abo ist wohl obligatorisch und verpasst ihr das nächste video und